Hallo und willkommen zu einem neuen PayPal Update. Wir wollten uns heute den PayPal Chart noch mal anschauen, denn es geht doch etwas nach oben und wir arbeiten uns so Stück für Stück, Schritt für Schritt durch diese Aufwärtsbewegung, die wir ja auch diskutiert haben. Es ist gut zu sehen, obwohl diese Struktur natürlich jetzt nicht hochwahrscheinlich war und auch nicht ist, denn es handelt sich hier um überlappende Strukturen, im besten Falle eben eine solche diagonale Bewegung, die sich hier nach oben ausbildet, seit diesem Tief vom 8. Februar. Da wollen wir gleich darauf eingehen. Übergeordnet wollte ich beginnen, diese Abwärtsbewegung noch mal zu diskutieren. Nur kurz, da muss man jetzt nicht mehr viel hinzufügen, also die letzten Videos haben wir ja schon diese Bewegung eben diskutiert nach unten, diese Bewegung als Welle 2 Korrektur. Da kann man jetzt akademisch hin und her diskutieren, ob die Welle 3 zu lang ist, dass eine zu kleine AB ist oder sowas. Es ist alles sehr theoretisch. Es ist definitiv valide, diese Interpretation. Es gibt nicht wirklich andere Interpretationen, die in meinen Augen mehr Sinn machen, außer dass vielleicht diese Bewegung am Ende sich hier noch etwas nach unten extendieren kann, wir noch ein weiteres Tief bekommen. Aber ich sehe das jetzt erstmal hier als ABC-Struktur einfach mit einer sehr ungewöhnlich langen C-Welle. Und es ist halt hier eine fünfteilige Abwärtsbewegung, aber in einer C-Welle. Und da war halt die 3 sehr lang und die 5 ist eine endende Diagonale. Gefällt mir nicht ganz so, die endende Diagonale, weil die 3 relativ kurz ist, aber ist valide, ist nicht die kürzeste Welle. Alternativ kann man halt sagen, dass es hier nochmal ein weiteres Tief gibt in der gelben Struktur, vielleicht so in die Mitte 40 Dollar Region. Aber ansonsten ist es halt so, dass in der weißen Struktur, und das ist ja die, die ich auch bevorzuge jetzt erstmal, da hat man jetzt ja auch ein Setup, das hat ja jetzt schon mal funktioniert. Ob das jetzt durchzieht, wird sich zeigen die nächsten Wochen. Aber PayPal begleiten wir ja auf diesem Kanal relativ eng, weil PayPal doch sehr beliebt ist. Jetzt gehen wir mal auf den kleineren Timeframe. Die Idee ist halt, dass wenn ein übergeordnetes Tief, also dieser gesamte Abverkauf, ja, wirklich fertig ist und hier ein übergeordnetes Tief sich ausgebildet hat, bereits im Oktober, November, dann, ja, kann es jetzt definitiv deutlich nach oben gehen. Auch mittellangfristig dann eben, ja mittelfristig über die 100 Dollar, langfristig natürlich noch wesentlich höher, aber dafür muss das Tief natürlich jetzt auch drin sein. Da ist es so, die Bewegung nach oben hier ist natürlich nicht impulsiv, aber kann als Diagonalbewegung durchgehen, ja. Das ist halt eine mögliche führende Diagonale, was in einer Welle 1 natürlich immer möglich ist. Da haben wir eine Welle 1, eine 2, das hier war die 3, die 4, die 5. Ist es schön? Nein. Kann man es als Impuls zählen? Ganz klar nein, denn wir haben eine Überlappung zwischen der Welle 1 und der 4, aber es ist gültig als eine Diagonale Bewegung. Wie geht das? Also eine Diagonale ist halt eine Bewegung, in der wir in den Unterstrukturen drei Wellen haben. Das kann man hier zum Beispiel bei der Welle 3 ganz gut sehen. Da haben wir nämlich eine ABC in der A-Welle, eine B als Dreieck und dann die C nach oben zum Beispiel als Welle 3. Da gibt es verschiedene Bewegungen, verschiedene Strukturen, die da in Frage kommen, aber man kann es halt fünfteilig zählen, ja. Und dann hatten wir eben hier diesen Dreiteiler nach unten, also eine sogenannte 1-2-Bewegung. Und diese Bewegung nach unten, die war ja dreiteilig, die Bewegung nach oben, ja, mit etwas Fantasie fünfteilig, ist auf jeden Fall gültig als Fünfteiler, aber halt auch nur als Diagonalbewegung. Für alle, die nicht so bewandert sind bei Elite Wave, das heißt einfach nur, dieser Bewegung kann man nicht so gut vertrauen, ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie hier ein Impuls oder so, sondern halt eine Diagonale, der kann man einfach etwas weniger vertrauen. Diesen Fünfteiler nach oben, ja, der ist halt abgeschlossen gewesen, die Bewegung nach unten halt dreiteilig als Welle 2 dann. Und wir könnten uns jetzt in der Welle 3 nach oben befinden. Um das zu bestätigen, brauche ich einen nachhaltigen Bruch über die 68,20 Dollar, ja, dieses Hoch der Welle 1. Einen nachhaltigen Bruch darüber, den benötige ich. Und dann kann man sagen, okay, die Welle 3 läuft wahrscheinlich. Was wäre das Ziel für die Welle 3 jetzt? Das Ziel für die Welle 3 ist das 1,38 Extensionsniveau. Als erstes Idealziel liegt bei 85 Dollar, Mindestziel 81,50 Dollar. Das muss er erreichen, also er muss gar nichts, aber damit ich diese Struktur so weiter beibehalten kann, diese Roadmap, soll er diese Niveaus erreichen. Und dann muss er natürlich jetzt erstmal innerhalb der Welle 3, Römisch 3, diesen Fünfteiler ausbauen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dafür habe ich euch ja schon im letzten Video einmal die Unterstützungszonen genannt. Hier, die gelbe Zone, da hat er ja phänomenal jetzt reagiert, war halt sehr überlappend, aber deswegen kann das hier auch wieder mal nur eine führende Diagonale sein in der Welle 3. Das heißt, hier fehlt jetzt eigentlich noch eine 4, 5. Wenn er die noch macht, die Welle 5 vielleicht an die 65, 66 Dollar, dann noch eine kleine Welle 2. Das wäre dann nochmal ein Setup, genau wie dieses hier, nur nochmal auf kleinerer Ebene für dann eine Welle 3. Der Welle 3, dann soll noch eine 4 kommen und noch eine 5. Dann haben wir die übergeordnete 3, dann noch eine 4 und eine 5 und so kann er sich dann eben nach oben arbeiten. Hier sehen wir jetzt schon mal, dass das halt so eine Diagonale nur sein kann, denn wir haben zu viele Überlappungen drin. Und das heißt, hier war eine Welle 1 schon fertig, eine kleine 1, eine 2, dann ABC. Die könnte jetzt drin sein. Da hat halt auch die Welle 3 jetzt das erste Idealziel erreicht, auch wieder das 1,38 Fibonacci-Extensionsniveau. Jetzt kann man sagen, die Welle 4 hier, wo soll die landen? Das ist natürlich jetzt Micro-Counting hier wirklich. Das ist natürlich dann auch sehr, ja, unzuverlässig fragil, aber hier haben wir die Unterstützungszone zwischen 59,76 Dollar und 62,48 Dollar. Normalerweise soll eine Welle 4 auch in einem Diagonal nicht unter das 1,68 Retracement laufen und dann kann eben in der Welle 5 nach oben das 1,618 Extensionsniveau erreicht werden, beziehungsweise sogar das 1,786 oder sogar das 200%. Also da gibt es dann nicht irgendwie, da gibt es dann jetzt nicht irgendwie, ja, sagen wir mal ein Limit, ja, wobei irgendwann wird das schon irgendwie arg dreiteilig oder so, aber das passt jetzt aktuell. Jetzt irgendwo eine 4 hier starten wir ideal, dann die 5, ne? Und dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir 5 Wellen, dann machen wir nochmal eine Unterstützungszone. Und so soll er sich weiter nach oben bewegen. Mir war das bisher ja ein bisschen wenig, ähm, ein bisschen wenig Aufwärtsmomentum und Korrektiv, aber, und das ist halt das Wichtige, wenn man die Struktur kennt, beziehungsweise mit Elliot Wave interpretiert, dann konnte man ja schon vermuten, dass es sich hier, ja, möglicherweise um eine Diagonale handelt, nicht um eine korrektive Bewegung, wobei dann die Wahrscheinlichkeiten sehr eng beieinander liegen. Was er natürlich jetzt machen muss, ist dann halt diese Unterstützung halten. Und solange das der Fall ist, würde ich jetzt dieser weißen Roadmap mal folgen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn dem so ist, bitte ein Like da lassen, Abo und ein Kommentar. Schaut auch gerne mal bei Patreon vorbei, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und dort, ja, kommt jetzt in unserem Aktienpaket, das ist aber bisher nur in englischer Sprache verfügbar, aber vielleicht haben ja manche doch Interesse daran. Ansonsten, schönen Abend, bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank.